Boah, sind das da hinten Wollsäure. Was ist da Wollsäure? Was sind denn waren die riesige Elke? Wolltiere. Die sind vom Woll gar nicht zu unterscheiden, was da ist. Also irgendwie versuche ich jetzt hier einen Blinkflug zu machen, weil ich sehe nichts. Verstehe ich eh nicht, wieso Kameras so gebaut werden, dass man die nicht sieht, wenn sondern drauf scheint. Müffel tun sie aber gut. Ja, dann Müffelschafe. Darum heißen die Müffeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017